Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie wird ersaufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Dann sind wir sie wohl. Dann sind wir sie wohl.